Oh mein Gott, Leute, wir haben uns mega geirrt, was dieses Crew-Paket angeht. Viele, die mich natürlich verfolgen auf der Community-Tab oder auf Insta oder auf Twitter, haben das natürlich erfahren. Ich zeige euch jetzt, wie der neue Crew-Paket, besser gesagt, Ali aussieht. Nach dem Intro. So, Leute, da haben wir es auch schon. Lasst doch dafür ein Like da. Es ist nicht Fischstick-Skin, Prinzessin Fischstick, sondern Ali, so heißt diese Schwester vom anderen Crew-Paket, bekommen wir natürlich ab dem 1. April. Boah, wie findet ihr das? Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich denke, boah, also, kann sich sehen lassen, ne? In diesem Sinne, Leute, würde ich mal sagen, war es das auch mit dem Video Flucht ist ab Kuh-Lüten, nehme ich mal mit da rein. Schauen wir uns mal ganz schnell noch mal den Item-Shop an. Was gibt's Neues? Rote Jade ist drinne. Bush Ranger, okay. So, also, nicht wirklich was Tolles. Dabei im Shop John Wick wieder da. Das war's. In diesem Sinne. Leute, vergiss nicht, mich zu unterstützen. YouTube und das ist Spieler Bro. Und ich sag, ciao, ciao.